Barbara Oliver, kommt doch einfach mal in die Mitte, ihr sollt doch auch mal was erleben. Wir zwei. Ja, ihr zwei. Aber wie ihr und wo ihr jetzt was erlebt, das frage ich jetzt Sie. Wenn Sie mir vielleicht einfach mal Ihre Lieblingsoper saß. Ach, du hast schon wieder durchgekriegt. Aida, Zauberfläge. Entführung aus dem Serai, das könnte doch sehr schön sein. Die Entführung aus dem Serai? Die Entführung aus dem Serai, ihr sitzt gerade in der Entführung aus dem Serai. Aber ihr habt nicht lange was davon, denn Barbara, du bist im neunten Monat schwanger, im neunten und die Wehen setzen leider schon mitten im ersten Akt ein. Wie unprofessionell. Ihr beiden atmet jetzt aber bitte ganz, ganz ruhig. Was zu tun ist und wie das Ganze jetzt abgeht, das möchte ich jetzt gerne von euch hören und sehen, aber bitte abwechselnd von A bis Z. Bitte nicht schon wieder. Cherubino tritt gleich auf. Das ist jetzt aber ein schlechter Witz, dass du schon wieder ein Kind kriegst, oder? Ei, wer hat mir dann das Kind da reingemacht? Verflucht, das müsste ich selber gern. Ach, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Entschuldigung. Verflixt geht übrigens auch nicht, schreibt man auch mit. Ja, wollte ich auch gar nicht sagen. Finde ich auch. Was, wo waren wir? F. F. Ich auch. Ganz schöne Inszenierung, aber mir tut's wirklich weh. Hilfe, soll ich Hilfe holen? Jetzt auch noch Rinderwahn. Kannst du mal gucken, ob die Fruchtblase schon geplatzt ist? Lass das mal den Ordner da machen, kommen Sie mal hier hin. Manni, kannst du mal kommen? Nee, du kennst den Typen. Ach, das ist doch unser Nach... Also unser... Ach, das ist doch... Manni. Puh, ich glaub, die ist wirklich geplatzt. Quasi nass alles hier, ne? Reg die nicht auf, leg dich auf den Rücken. Äh, Entschuldigung, kann ich mich mal... Ach, da, da. Entschuldigung, kann ich mich mal hier drüberlegen? Ach. Ach. Oh. Tut sich schon was? Ach. Versuche einfach, die anderen nicht zu stören. Haben wir irgendeinen Buchstaben vergessen eigentlich? Ach so. Unmöglich, dass du immer im Konzert deine Kinder kriegst. Ha. Ähm. Ähm. Warte mal. Ähm. Verstärkung. Hol Verstärkung. Wenn's dir nichts ausmacht, warte ich noch die Pause ab, Schatz. Xaver, kannst du auch noch kommen? Und bring Manni mit. Ja, 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 ja. So vergeht die Zeit im Flug. Ne. Doch. Ähm. Zu spät. Zugabe. Zugabe. basically. Ba. Weis wie enspl rua runter. Ja. Exhale. Leute云udi.